Hallo, schön, dass ihr da seid zu 37 Minuten. Hallo, beinahe hätte ich mich schon versprochen am Anfang. 37 Minuten, unser Verbat mit der lieben Susanne Sommer und mit mir. Seid gegrüßt. Hallo, hallo liebe Susanne. Hallo Jens. Ich freue mich auch, dass wir wieder zusammengefunden haben. Von mir ist es auch für 47 Minuten. Ja, 37 Minuten werden wir jetzt darüber sprechen, dass Schreiben Glück bringt. Am Anfang war das Wort und es ist eine Ursache und dies gibt auch eine Wirkung. Deswegen bringt Schreiben auch Glück. Was fällt dir dazu ein oder anders gefragt, bringt dir dein Schreiben Glück? Ja, danke Jens für den schönen Einstieg, weil genauso wollte ich eigentlich beginnen nach deiner ersten Frage. Bringt Schreiben Glück? Und da wollte ich gerne sagen, ich möchte gerne über meine persönliche Erfahrung irgendwie einsteigen. Ja, denn mir bringt es auf jeden Fall Glück. Ich habe, genau, ich kann ein bisschen was erzählen, ganz knapp. Ich habe schon als wirklich ganz, ganz junger Mensch gerne geschrieben, aber natürlich nur so für mich. Ja, ich komme nicht aus einer Familie, wo Literatur ein großes Thema war. Also da wäre ich nie auf die Idee gekommen, mal was zu veröffentlichen. Und das ist ja auch nicht unbedingt das, was hinter dem Schreiben liegt oder hinter glückbringendem Schreiben liegen muss. Aber letztendlich bin ich dorthin gekommen, ja, durch meinen Sohn dann auch und durch die viele Zeit mit ihm und durch das Stillwerden und natürlich auch viele Gefühle und Momente in mir haben, die sich immer mehr einen Ausdruck gesucht haben. Der kann vielfältig sein, ich male, male auch sehr, sehr gerne, aber das Schreiben ist dann immer stärker geworden. Und es hat begonnen damit, dass ich einfach so Themen, die mir wichtig waren, du kennst sie, Geburtserfahrungen, traumatische Erfahrungen, Vielfalt in der Bildung, ja, das sind so Dinge, die mich einfach bewegen, Mama sein, Eltern sein. Dann habe ich sehr viel darüber mal geschrieben, so wirklich so in Artikelform und Veröffentlichung und habe dann aber mit der Zeit begriffen, dass mein viel wesentlicheres Schreiben woanders liegt, nämlich im sehr privaten, zum Beispiel im Tagebuch Schreiben. Ich habe dann, ich habe so ein, das hat sich zufällig ergeben mit meiner ganz, ganz lieben Freundin, dass wir so begonnen haben, ein virtuelles Tagebuch. Ich bin ja an sich die Handschreiberin, aber das war einfach aufgrund der Distanz zu ihr nicht möglich und dann haben wir uns virtuell geschrieben und ich habe dann über die Jahre, weil das ist jetzt über Jahre entstanden, muss man sich denken, ja, wir schreiben uns so gut wie jeden Tag, hat sich da was angesammelt und das ist wirklich der pure Ausdruck des Erlebens von Tag zu Tag. Und dann habe ich gemerkt, dass dort so viel, man merkt es umgehend, ja, aber auch über die Zeit, was da für ein Glück, nämlich für eine, ja, in diesem Ausdruck, in dem man das Innere nach außen bringt, liegt, ja, und in dem man es teilt. Ja, weil ich kann, also das Schreiben kann man natürlich auch leichter mit jemandem teilen, da haben viele Menschen eigentlich Zugang dazu und das hat mir natürlich sehr viel geholfen, auch in meinem Werden und Sein und mich auch immer mehr zu mir selbst geführt. Und schließlich auch in Gedichtform, ja, was ich eigentlich jetzt hauptsächlich veröffentliche. Man sagt ja so schön und es gibt so einen schönen Ausdruck, wer schreibt, der bleibt und es ist ja so, ich glaube, dass, vielleicht wollen wir das oder bewusst oder unbewusst, mit dem Schreiben kann man ja auch Spuren hinterlassen, ne, für was oder wie lang, wie lang auch immer. Ist das für dich auch eine Systematik dahinter, dass du, je nachdem, wie du vielleicht drauf bist, dass du vielleicht sagst, okay, jetzt schreibe ich etwas, damit etwas sich bewirkt oder ist das bei dir ein reiner intuitiver Verlauf oder machst du das auch so therapeutisch oder gezielt oder geplant? Ich glaube, es ist von allem ein bisschen etwas, ja, meine, zum Beispiel eben, wenn ich Artikel schreibe, dann geht es natürlich sehr stark darum, dass ich einen bestimmten Inhalt in der Welt hinterlasse mit dem Wunsch, dass er bei den Menschen, die, für die er genau in dem Moment hilfreich ist oder vielleicht auch erst Jahre später, denn gedruckte Worte bleiben normalerweise länger, genau, dass er die dort erwischt, wo sie es gerade brauchen, abholt, bestärkt, unterstützt oder inspiriert, was auch immer. Und natürlich ist es auch so, wenn ich jetzt anderes veröffentliche, wie zum Beispiel Lyrik, ist es unglaublich schön, wenn ich dann Rückmeldungen bekomme, die kriegt man am besten bei Lesungen, wo mir Menschen eben dann sagen, ich habe mit Gedichten überhaupt nichts zu tun und bin da jetzt hergekommen durch weiß ich nicht wen und bin ganz begeistert und was das alles in mir für Bilder da hervorgerufen hat, das kenne ich überhaupt nicht. Und natürlich ist das dann urschön zu sehen, dass das eben Spuren hinterlässt und das muss jetzt gar nicht eben so das gedruckte Wort sein, das ist natürlich länger haltbar, aber ich merke einfach eben auch, dass Schreiben ist nicht nur Schreiben, sondern Schreiben ist für mich auch dann, dass man das vorlesen kann oder vortragen kann. Und da kriegst du die Menschen nämlich noch einmal tiefer oder schneller, dort wo sie es brauchen oder wo sie es sich gerade wünschen. Und das andere ist so dieses therapeutische, es ist alles zugleich. Wenn ich ein Gedicht schreibe, es ist sehr intuitiv bei mir, es kommt ein Impuls, meine Impulse hole ich mir mehr oder weniger bewusst, indem ich in die Natur gehe, ich spaziere leidenschaftlich gern, ja möglichst abgelegene Wege, möglichst neue Wege suchen, die ich nicht kenne, die sind immer abenteuerlich. Ich lebe hier in einem Grenzgebiet, ich lebe im Burgenland, das ist der Osten Österreichs, direkt an der ungarischen Grenze. Es ist auch die Slowakei überhaupt nicht weit weg und so habe ich meine Möglichkeiten immer wieder Grenzen, relativ, also wirklich Ländergrenzen zu überschreiten, was mir immer das Gefühl gibt, ich überschreite prinzipiell jetzt eine Grenze, indem ich mich wortwörtlich in ein anderes Land begebe, aber auch einfach für mich woanders hin eintauche und dort wieder andere Impulse bekomme. Ich hole mir Impulse, indem ich Stadtspaziergänge mache, die mich wieder auf andere Art inspirieren, indem ich irgendwo ein Wort aufgreife, eine Zeile oder eine Passage aus einem Lied. Und dann entsteht etwas in mir, das spannenderweise, aber eigentlich sehr logisch irgendwo genau zu dem passt, was mich sowieso gerade bewegt und dann schreibe ich es nieder als Gedicht, das geht sehr gut und das auch jetzt zu unserem Gespräch hier möchte ich wirklich jedem ans Herz legen, das niederzuschreiben, wenn was niedergeschrieben werden will. Ich meine, wenn man jetzt gar nichts mit Schreiben findet, wenn man überhaupt nicht spürt in sich, dass das etwas ist für einen, dann braucht man es ja auch nicht erzwingen. Aber wenn man spürt, das würde ich jetzt niederschreiben, dann niederschreiben. Und meistens ist es sowieso schon unglaublich toll, so wie es da steht. In der ersten Erst-Erst-Version, nicht von mir jetzt meine ich, sondern allgemein, was man als Mensch da so, wenn man das nicht zensuriert, sondern wenn man das einfach niederschreibt, was da dann steht. Und dann kann man natürlich nochmal drüber gehen und es verfeinern und schauen, ob man noch ein anderes Wort findet. Aber um das geht es gar nicht. Es ist intuitiv. Es kommt aus einer spontanen Inspiration, die aber immer etwas zu tun hat mit dem, wie ich mich eigentlich gerade fühle. Und dann kommt ein Ausdruck, mit dem ich selber nicht gerechnet habe. Und der wieder zurückwirkt auf mich, indem ich es lese oder mir laut vorlese und ich dann vielleicht ein Thema begreife in dem, das mir vielleicht gar nicht bewusst war. Und somit ist es immer therapeutisch auch in dem Sinn und auch, weil etwas von innen nach außen geht, weil es ausgedrückt wird. Und ich glaube, Menschen, die das noch nicht wirklich erfahren haben, spüren das vielleicht jetzt noch nicht so, was das bedeutet, wenn von innen was hinausgeht. Es ist dann nicht mehr irgendwas Subtiles oder nicht Greifbares, sondern man hat es in die Welt hinein erschaffen. Es ist dann da. Es ist irgendwo, ob man jetzt an Energien glaubt oder wie auch immer sich das jeder vorstellt, aber man hat es hineingetragen in dieses Universum. Und wenn man sich das dann so vorstellt, wo diese Worte vielleicht überall hinreisen und wen sie vielleicht aller erwischen und berühren, Menschen, die man kennt, aber vielleicht auch welche, die man nicht kennt. Menschen, die quasi dadurch mit dir in Verbindung kommen, auch wenn du sie nie kennenlernst vielleicht. Aber diese Idee, dass Worte einfach auch verbinden, ist unglaublich therapeutisch, weil sie uns alle näher bringt aneinander. Es ist einfach was Schönes. Es ist sehr was Friedvolles, wobei Worte natürlich auch das glatte Gegenteil erzeugen können. Das wissen wir alle. Die Sprache hat eine unendliche Macht oder nicht die Sprache, sondern eben der Mensch und wie er sie verwendet. Aber an sich ja friedvolle Sprache. Dazu habe ich auch gleich noch eine spezielle Frage. Noch eine kurze Ergänzung zu dem, was du eben gesagt hast, zum Thema intuitives Schreiben. Ich habe ja auf dem Kanal, gibt es auch so eine Übung, die ich mal gezeigt habe, was man da machen kann. Es gibt aber noch eine andere Übung für intuitives Schreiben, die kann man sehr gut zu zweit machen. Und zwar einfach mal zu sehen, weil du hast gesagt, manchmal kommen Worte, an die denkt man gar nicht. Darum geht es ja. So nicht mal den Spiegel aufzumachen, zu schauen, was ist tief drin, was kann raus. Wenn man sich gegenseitig einfach nur Begrifflichkeiten diktiert und der andere, der das hört, darf einfach sofort, auch gerne nur stichpunktartig, einfach mal niederschreiben, was gerade passiert in dem Moment, darf gar nicht groß drüber überlegen. Und da kann man ganz viele Begrifflichkeiten einfach mal diktieren und dann kommt was sehr Spannendes raus. Und immer bei sowas, immer das Datum dazu schreiben, damit man später sieht, was damals war. Das ist eine urschöne Übung, Jens. Und die würde ich eigentlich jetzt, wo du sie sagst, urgern mit dir einfach mal machen. Ja, weil das einfach auch Freude macht. Und auch dieses Vertrauen, da ist nichts Falsches rauskommen. Da kannst höchstens du rauskommen. Und das ist immer richtig. Und das dann auch teilen mit dem anderen. Also ich merke, dass wirklich Menschen, auch wenn sie es selber vergessen haben, oft, wir wollen uns mitteilen. Und zwar nicht nur mitteilen und es hat keine Resonanz, sondern wir wollen es teilen, indem der andere es auffängt. Und wenn der einfach nur sich zur Verfügung stellt und deine Worte auffängt, bewusst oder unbewusst, ist es unglaublich schön. Jetzt hast du eben noch gesagt, das Wort alleine. Also wenn wir das Wort jetzt alleine irgendwo hinstellen, wann ist dir aufgefallen oder ist es dir aufgefallen? Oder glaubst du das auch, dass das Wort alleine eine Energie, eine Macht hat, durch wie es zusammengebaut ist, woher der Ursprung auch kommt? Je nachdem, hat das alleine Macht oder Wirkung? Oder ist es derjenige, der es aufschreibt oder der es ausspricht? Auch wieder beides, glaube ich. Auch wenn das ein bisschen schwammige Antworten sind. Aber ich glaube wirklich, ich glaube, dass das Wort absolut davon lebt, wer es wie und in welcher Emotion sagt und auch in welcher Motivation. Also da kriegt das Wort ganz viel dazu. Aber es hat auch ein Eigenleben. Und das merke ich für mich an fremden Sprachen. Und wenn ich eine fremde Sprache höre und ich habe eine große Liebe einfach für die Melodien fremder Sprachen, überhaupt für Sprachen an sich, und ich verstehe überhaupt nichts, dann sind aber einzelne Wörter, die mich total berühren. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet. Aber allein, wie sich das Wort, wie hast du gesagt, zusammenbaut, wie es aufgebaut ist, wie es sich anhört und was vielleicht für eine Melodie entsteht, wenn es jemand spricht, hat eine unglaubliche oder kann eine unglaubliche Wirkung auf mich haben. Deswegen glaube ich sehr wohl, dass das Wort an sich schon was mitbringt. Und vor allem auch, weil Worte ja so eine lange Geschichte haben. Worte sind ja nicht, Sprachen sind ja jetzt nicht aus dem Boden gesprungen und einfach da gewesen, sondern die haben sich ja entwickelt. Und die Bewertung hat sich vor allem auch entwickelt. Die Bewertung des einzelnen Wortes. Ja, und sie tragen einfach so eine Buckelgeschichte mit sich. Jedes einzelne Wort. Das ist toll. In der heutigen Zeit sieht man das ja gerne, weil wir jetzt noch ein bisschen neben der Lyrik-Prosa vielleicht noch ein bisschen die Medien oder das, was journalistisch oder so in der Art geschrieben wird, mit reinholen. Dann ist ja auch die Bewertung, hat sich ja total verändert. Es gibt Wörter, die haben vor ein paar Jahren oder vor vielen Jahren eine ganz andere Bedeutung gehabt, als sie heute haben. Ja, klar. Das kommt noch dazu eben, dass sich natürlich Bedeutungen verändern und Bewertungen. Wobei es das, wie gesagt, das ist wieder was, was der Mensch gemacht hat natürlich. Das bringt das Wort nicht von sich aus mit. Das hat der Mensch dann damit gemacht, dass er da Bewertungen reinlegt. Und das lässt sich aber nicht verhindern und ist auch nichts Schlechtes. So sind wir. Ich glaube, so muss unser Geist auch sein, dass er prinzipiell bewertet, im Sinn von, dass er einteilt, damit er sich zurechtfindet. Und dann dürfen wir uns natürlich im nächsten Schritt wieder von Bewertungen, die nicht sinnvoll sind oder nicht hilfreich sind, wieder loslösen. Ich glaube ja, dass wir da so ein bisschen zweigeteilt rangehen. Einmal mit der Ratio, also mit meinem Verstand. Und auf der anderen Seite gehe ich da mit meinem Herzen oder mit meiner Seele dran. Und je nachdem, was gerade mehr bei mir vorhanden ist, je nachdem wirke ich dann auch oder ich reagiere auf dieses Wort. Früher in der Mystik haben sie ja auch ganz bewusst Wörter bewusst so gestaltet, wie sie ist. Gott oder so. Das Wort Gott hat ja alleine schon eine Kraft. Und heute, wenn du mit der Ratio dran gehst und wir über Propaganda oder Framing sprechen, dann wirkt es ja auch, obwohl es nichts mit unserem Herzen zu tun hat, sondern mit unserem Verstand. und eine, sag ich mal, aufoktroyierte Emotion. Ja, danke Jens. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, dass da, genau, dass Sprache unterschiedlich wirkt, je nachdem, in welchem Zustand ich eben Herz oder Kopf ausspreche oder eben auch empfange. Ja, das ist ganz wichtig. Und das merke ich natürlich bei mir auch. Ja, das ist bei mir so wie bei allen anderen Menschen. Und indem wir uns aber immer mehr erlauben, Sprache zu erforschen, Worte zu erforschen, die auch, was aus uns rauskommen möchte, genau, finden vielleicht auch unbewusst solche Prozesse statt, dass einem sowas überhaupt klar wird. Man wird sensibler für, noch einmal für die Macht der Sprache, auch für die Gewalt der Sprache. Gewalt auch im Sinn von, also auch im Sinn von große Kraft. und das alles macht uns letztendlich glücklicher zurück zum Thema Schreiben bringt Glück, indem wir uns und unsere Umgebung, unsere Welt immer mehr verstehen. Und all das, was wir aber nicht hier verstehen, aber wir drücken es aus, wie gesagt, am besten intuitiv und gar nicht strukturiert. Und das ist eine Befreiung, eine wunderschöne Erfahrung. Darf ich da noch was dazu sagen? Du hast vorher eben diese schöne Übung genannt, die ja an sich einfach schön ist und auch, finde ich, davon lebt, weil sie eben mit jemand anderem passiert. Und da gibt es jetzt immer mehr, habe ich das Gefühl, es gibt es wohl schon immer, aber ich sehe jetzt überall irgendwie so diese Schreibgruppen. Da gibt es ganz viele Vereine, die so die Schreibgruppen anbieten, Online-Schreibgruppen auch meistens heutzutage, wo sich einfach dann Menschen treffen für einen gewissen Zeitraum und die schreiben halt alle an etwas und teilen das dann in der nächsten Schreibgruppe, im nächsten Zusammentreffen und schauen, wie das wirkt, kriegen Rückmeldung und so. Und aus diesen, dadurch, dass sie es nicht allein im Kämmerchen schreiben, sondern immer wieder teilen, also im Prozess eigentlich, am Prozess immer wieder die Rückmeldung haben, haben sie total, also wird ihr Schreiben viel besser, unter Anführungszeichen, weil es einfach von Anfang an eine Resonanz hat. und dadurch wird es klarer oder verdichtet sich mehr und wird vom Ausdruck her stärker oder was auch immer. Und ich habe das Gefühl, dass diese Schreibgruppen gerade eben sehr boomen und das ist aber was total Gutes und zeigt einfach, dass unser Wort auch wirklich immer von der Resonanz eben lebt. Und wenn ich das schon im Schreibprozess habe und zwar nicht bewertend durch jemanden, das ist gut, das ist schlecht, sondern einfach, ich sehe die Reaktion, so wie ich bei Lesungen sehe, was es dann doch macht mit den Menschen, was man echt nur sieht, wenn man sie sieht, ja, oder wenn man sie spürt noch besser natürlich im wirklichen Raum und nicht im virtuellen. Das macht unglaublich viel und vertieft noch einmal eben unser Schreiberleben. Ja, die haben ja verschiedene Herangehensweisen, kreatives Schreiben, therapeutisches Schreiben, dann gibt es handwerkliches Schreiben, also für Schriftsteller wie uns, da geht es wirklich um Handwerk und da wird natürlich auch bewertet, weil ich meine, das hat mit Mathematik oder Ähnliches auch zu tun. Genau, und Schreiben bringt Lücke, weißt du ja auch, das ist ja auch ein Lehrgang und da ist es eigentlich eher ein therapeutisches und kein handwerkliches Schreiben, also da musst du jetzt nicht Schriftsteller oder so sein, aber es hilft natürlich auch trotzdem, wenn du als Autorin oder Autor Schreibblockaden oder Ähnliches gerade hast, weil, wie du das vorher schon gesagt hast, es geht ja nur um eine Ideengebung zu finden, eine neue, eine andere, Impulse zu sammeln und vielleicht neue Synapsen in deinem Gehirn, sag ich mal so, zu kreieren damit. Ja, absolut. Weil das Problem, was wir ja alle haben, wir denken, Schreiben kommt ja vom Denken, wir denken ja das, was wir eigentlich, zu 95 Prozent, was wir gestern schon gedacht haben. Ja, ist ja so, im Prinzip ist das ja, genau. und dieses Kreative kommt halt erst, wenn man, sag ich mal, die Perspektive verändert. Da gibt es auch schöne Übungen übrigens, Perspektiven verändern, einfach mal andersrum im Bett schlafen oder mal durch die Beifahrertür ins Auto einsteigen oder einfach mal in der Fußgängerzone sich hinhocken oder mal wieder auf den Baum klettern, Kopfstand machen etc. Also die Perspektive wirklich so zu verändern, was du normalerweise gar nicht machst. und da bekommt man auch ganz viele neue Ideen. Ich bin ja ein großer Fan von eben alles, was mit dem Körper zu tun hat. Ja, also ernsthaft, da wollte ich jetzt noch hinkommen, aber prinzipiell, alles, wie wir unseren Körper bewegen, bewegt sich auch in unserem Inneren etwas. Das ist jetzt keine Idee von mir, sondern die ist uralt und liegt zum Beispiel dem Yoga sehr stark zugrunde. Ich meine, da gibt es natürlich viel mehr Aspekte, die im Yoga wichtig sind, aber der gehört dazu. Ja, was ich im Außen bewege, im Körper, bewegt mein Inneres. In dem Moment, also gerade so diese, diese Umkehrungen im Yoga, ob das jetzt der Kopfstand ist, ob das der Handstand ist, ob das die Kerze ist, was auch immer es gibt, die haben ja einen unglaublichen, wirklich immer, einen großen Gesundheitseffekt. Ja, also viele Dinge, es ist vielen Menschen gar nicht bewusst, es ist unglaublich spannend, wie da zum Beispiel gerade die Lymphe, ja, die Lymphflüssigkeit wirklich bewegt wird. Ja, also wir haben einen Herz, einen Blutkreislauf, der hat eine Pumpe, das ist das Herz, ja, wobei das Herz viel mehr ist als eine Pumpe, aber, ja, aber die Lymphe hat keine Pumpe, ja, die kann sich nur bewegen, wenn wir uns bewegen, was ja in der heutigen Zeit schon problematisch ist, ja, mit diesen vielen langen sitzenden Tätigkeiten. und allein, wenn du dich einmal umdrehst, ja, gehen unglaubliche Dinge los in deinem Körper. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn sich einmal die Lymphe bewegt, was ist die Lymphe? Die scheidet die ganzen Giftstoffe, transportiert die dorthin zu den ganzen Lymphknoten, wo sie dann eben rausgehen können aus dem Körper. In dem Moment, wo du da was bewegst und Dinge aus dir rausbeförderst, die nicht sein sollen, das ist ja ganz klar, dass da auch in deinem Herzen und Geist etwas passiert, ja, in dem, da werden auch Dinge bewegt, die dann hinaus wollen, ja, oft auch eben Dinge, die wir eh nicht brauchen, ja, und in dem wir das, da gibt es unglaubliche Impulse durch Bewegung, also wie ich gesagt habe, ich bewege mich ja urgern in der Natur, ich komme immer mit so einem Haufen Ideen zurück, ja, was dann wirklich aufs Blatt wandert, ist minimal, das ist auch immer eine Zeitfrage, aber es muss auch nicht alles aufs Blatt wandern, immer gleich, ja, ich habe einen ganz, ganz lieben Schriftstellerfreund, das ist mein, ein Brieffreund und der hat mir gesagt, Susanne, deine Ideen, also die wichtigen Ideen, die gehen nie verloren, ja, wenn du jetzt denkst, oh Gott, das muss ich sofort, weil das fällt mir jetzt in fünf Jahren, wo ich vielleicht dazu komme, nicht mehr ein, nein, die wichtigen Sachen, die, die wirklich jetzt ausgedrückt werden wollen, im weiteren Feld als Publikation und dann alle anderen, die, die, die bleiben, ja, und das fand ich sehr schön, also wir haben ja auch jetzt keinen Stress, dass wir alles, was sich in uns tut, immer gleich in der Sekunde ausdrücken müssen, aber an sich ist es was Schönes und sehr Gesundes, finde ich. Ja, und du hast ja auch ganz viele Dinge gesagt, die auch sehr ausschlaggebend sind, zum Beispiel immer mal wieder in die Umkehr kommen, das heißt, auch körperlich gesehen, weil das ist ja das Problem, was wir haben, wenn wir irgendwo einseitig werden, dann sind wir einfach festgefahren, dann ist immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche und wenn das auch noch ein kleiner Schiefstand ist, dann wird es auch irgendwann wehtun, weil Einseitigkeit schmerzt irgendwann, weil der Ausgleich, wie gesagt, nicht da ist und deswegen ist das halt auch so wichtig, was du eben gesagt hast, in die Umkehr zu kommen, das hast du sehr gut gesagt, dann hast du noch was Gutes gesagt, du sagst ja nur gute Sachen, dann hast du noch was sehr, sehr Schönes gesagt und zwar direkt und indirekt, dass schon alles da ist, es ist, es ist schon alles vorhanden und es muss nicht alles ausgedrückt werden, es ist sowieso da, das heißt, wir können jederzeit auch immer wieder darauf zurückgreifen und das machen wir auch, wenn wir nämlich schreiben, das ist ja schon vorhanden, nur wir bringen es raus, deswegen ist auch eine schöne Sache, heute haben wir ja die Übungen hier raus ohne Ende, auch noch eine schöne Sache für jeden, der das hier sieht, der kann das gerne mal machen, einfach mal seine, fang mit zehn Wörtern an, deine Zauberwörter oder deine Lieblingswörter, deine Energiewörter, whatever, wie du es gerne nennen willst, einfach zu schreiben und dann geh mal weiter runter, geh mal von den zehn Wörtern vielleicht auf am Ende drei oder vielleicht am Ende, wie heißt der Titel deines Buches, deines Lebens, wenn du sowas mal mit Worten versuchst, mal herauszufinden, einfach mal zu schauen, was für Worte sind denn das eigentlich, was bringt mir Energie und das ist ganz interessant, ja, könnt ihr gerne mal machen, wenn ihr mögt, einfach, wie heißt der Titel eures Lebensbuches und schreibt das auch gerne mal hier drunter unter das Video, bin ich mal neugierig. Ja, und jeder kann das machen, eben, da muss man überhaupt kein Schriftsteller sein, da muss man, das braucht all das nicht, jetzt Schriftsteller sind, die halt nicht, also für die es ganz essentiell ist, einfach zu schreiben und zwar auch wirklich eine Resonanz zu kriegen und so, aber das ist, wie gesagt, das muss nicht, das ist nicht der Sinn vom Schreiben unbedingt, zwangsläufig gar nicht, das kann jeder machen, ja, der gar nichts mit Literatur, mit großartig zu tun hat, und es ist einfach und macht einfach Spaß und Freude, also ich habe jetzt zum Beispiel, wie, während du die Übung erzählt hast, habe ich mein Wort gefunden, ja, ich hatte es gleich, ich habe gar nicht zehn gebraucht und ich sage es nicht, weil das ist mein Wort. Nein, nein, die eine Übung, die ich genannt habe, ist auch, wir machen die ja auch gerne in einer Gruppe, die ist auch für jeden selber, weil wir da auch so Begrifflichkeiten, für den Menschen gegebenenfalls, dass sich da etwas löst, was nicht so angenehm ist, ja, ich nenne es mal so, ja, deswegen ist das natürlich eine Übung, die dann, das Kritik hat, nur derjenige, nur für sich selber, das ist auch, ja, nicht, weil es ist auch nicht immer, natürlich ist es gut, offen über Dinge zu sprechen, aber es gibt natürlich auch ein bisschen eigene Dinge, die man, die man erstmal bei sich und dann erstmal mit sich selber klar macht, sage ich mal so. Genau, und wenn man mehr braucht, sich dann natürlich auch immer Hilfe holen kann, ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sich generell mit dem Schreiben einmal auseinanderzusetzen und das ist auch immer sehr interessant, ich kenne ganz viele Menschen, auch mit denen ich arbeite, die haben mit Schreiben eigentlich Kindergarten, Schule oder so überhaupt nichts zu tun gehabt und fanden das auch eher grässlich, sage ich mal so, aber irgendwann ist ihnen aufgegangen, alleine nicht, was da rauskommt, sondern alleine die, dass man überhaupt schreiben kann. Ja. Dass man Worte bilden kann und die festhalten kann und dadurch etwas bewegen oder dadurch sich orientieren, dadurch sich ausdrücken, dadurch um Hilfe bitten, dadurch, was du alles machen kannst und wenn man erstmal zu diesem Bewusstsein kommt, dann kommt man auch leichter oder schneller auch ins Glück rein. ins Glück und ist gleich in die Dankbarkeit, wie du sagst, dieses Wunder, ich kann schreiben, es ist das gleiche Wunder, ich kann sprechen, es ist das gleiche Wunder, ich kann gehen, aber es ist ein Wunder, dass ich mich da wirklich das, noch einmal über einen anderen Kanal, das, was in mir ist, kann ich wirklich eben niederschreiben. Allein der Akt von das, was ich hier denke oder hier fühle, geht über hier raus. Ja, geht ja wirklich, ich habe da immer so dieses Bild, das fließt so raus, ja, aus den Fingern und erscheint plötzlich auf Papier. Das ist Magie pur und das kann jeder in dem Moment, wo er seinen, wo er muss nicht einmal seinen Namen schreiben, ja, sondern wo ganz junge Menschen einen Stift nehmen und anfangen, irgendwas zu machen und schau einem jungen Menschen einmal zu, einem ganz Jungen, der unbewertet ist, wo nicht schon wieder die Kindergarten-Tante und die Lehrerin neben sagt und sagt, was ist das, was du machst, ja, sondern schau ihm einfach zu, was da für eine Begeisterung oder für ein Staunen da ist, dass da plötzlich aus dieser Hand da was rauskommt, ja, es ist gigantomanisch, ja, und das dürfen wir uns als ältere Menschen, denen das, ja, leider durch Bewertung eben, wie ich sie gerade schon genannt habe, oft ja genommen wird, verloren geht. Es ist nicht verloren, es ist noch da in uns und wir dürfen es wieder ausgraben und uns mit Menschen umgeben, die bewertungsfrei damit umgehen, ja, und dann kann man zu einem ganz, ganz, ganz besonderen Glück da wieder führen. Ja, und das hast du eben wieder schön gesagt, wie so vieles heute, das habe ich auch schon mal gesagt, und zwar, die Kinder, die gestalten, und das ist das, dieses Gestalten, sie gestalten etwas und gestalten ist nicht weit von Schöpfung entfernt vom Wort, ne, und es ist in der Tat so, dass, wir sind ja auch unsere eigenen Schöpfer sozusagen, und wenn wir im Gestalten sind, dann, wir bauen ja eine ganz neue Welt und alleine dieses eine oder diese drei Worte, die niedergeschrieben werden, ist ja für das Kind eine Welt, ne, das darf man sich immer bewusst machen, es ist ja in dem Moment eine Welt, weil das passiert in dem Moment, also passieren von Passant im Lebens, im Lebensfluss, daher kommt ja das Wort auch, es passiert in dem Moment, und deswegen ist das was ganz Großes, diese Gestaltung. Eben, und es muss gar nicht ein Buchstabe sein, bitte, es ist am Anfang, es ist ein Strich, ein Punkt, ja, über diesen Ausdruck von innen nach außen, der auch wirklich universell ist in uns Menschen, wen es interessiert, bitte unbedingt Arno Stern nachlesen, nachforschen, der sein Leben mehr oder weniger diesem Phänomen gewidmet hat, ja, dass aus uns allen, aus allen Menschen mehr oder weniger am Anfang das Gleiche rauskommt, Striche, Punkte, wie auch immer, und eben, dass es nie darum geht, dass man da jetzt eine Interpretation braucht, sondern dass man einfach den Ausdruck lebt und dieses Staunen, dass man wirklich noch bei ganz jungen Kindern sieht, wenn man sie nicht sofort fragt, was meinst du, was machst du, sondern es einfach lässt oder sie einfach lässt, das ist großartig. Oder sagt, echt, das sieht ja bei euch ganz anders aus oder so. Ja, genau, also es braucht ja gar nichts, es braucht ja meistens von uns Erwachsenen eher weniger Wort, ja, also mehr, mehr Staunen, was der junge Mensch da wirklich erschafft, wie du gesagt hast. Und das ist in uns allen und zwar in jeder Minute letztendlich erschaffen wir, wir kriegen es ganz oft nicht mit, weil wir natürlich auch einen Modus immer wieder erleben, der, wo wir gesteuerter sind, der mechanischer automatischer ist, so ein bisschen Autopilot, den braucht es auch, weil ich glaube, sonst, das ist auch eine Erleichterung, um den Tag, um den Alltag und so weiter zu machen, aber wirklich immer wieder auch diesen Staunen, Staunen-Moment, der sich zurückholen und ganz genau betrachten, beobachten und nicht, ja, nicht nur über andere staunen, sondern wirklich über sich selbst staunen. Ja, die Bewusstwerdung und man kann das auch ganz bewusst, oder sollte es vielleicht auch ganz bewusst machen, man kann das auch sehr gerne ritualisieren, also man nimmt sich Zeit für sich selber, geht vielleicht an einen schönen Ort oder hat sich vielleicht was Schönes eingerichtet, eine schöne Ecke, ein Altar gebaut oder whatever, jeder, wie er gerne mag und hat vielleicht einen schönen Fühlfederhalter und nimmt sich einfach Zeit für sich und schaut einfach mal, was alles auf das Blatt Papier kommt. Ja, und ich glaube, das ist eine ganz große Sehnsucht in uns Menschen, eigentlich zu schauen, was aus uns rauskommt, aber wir müssen uns dafür die Zeit nehmen oder uns die Zeit geben. Genau. In diesem Sinne sind die 37 Minuten schon wieder vorbei. Schon wieder vorbei, das gibt es ja gar nicht. Ja, und ich bin gespannt, wie die Reaktionen jetzt auf dieses Video sind, hoffe natürlich, dass wir inspirieren konnten und freue mich auf ganz viel Feedback und bedanke mich ganz recht herzlich bei dir für dieses wunderbare Gespräch wieder und freue mich auch auf das nächste wieder. Ich bedanke mich. Ja, ich sage auch Danke, Jens, war wieder super, super schön. Danke. Schönen Tag. Baba.